Nachdem wir zuletzt unser Audio-Interface und die Audio-Engine von Persona Studio One eingestellt haben, benötigen wir nun noch die Eingangs- und Ausgangskanäle unseres Interfaces. Diese können wir definieren unter Song-Einstellung bzw. Steuerung plus Komma. Unter den Reiter Audio.io gelangen wir hier zu unseren Eingängen und haben mehrere Möglichkeiten nun Eingänge hinzuzufügen. Das gleiche gilt auch für die Ausgänge und zwar wir können Mono hinzufügen, Stereo hinzufügen oder wenn wir gleich mehrere Ein- oder Ausgänge hinzufügen möchten unter hinzufügen. Ich möchte nun meine beiden Mic-Preamps des Audio-Interfaces hinzufügen und nennen es mal Mic im Format Mono, Kanalanzahl 2 und diese möchte ich in der Farbe Rote markiert haben. Ich klicke auf OK und aufsteigend werden die Eingänge des Interfaces gewählt. Hier Mic Instrumental 1, Mic Instrumental 2, das sind die beiden Preamps meines Interfaces. Auch werden gleich aufsteigend die Eingänge nummeriert. Das heißt, ich habe Mic als Namen vordefiniert und dahinter steht 1 im ersten Eingang und 2 im zweiten Eingang. Ich möchte nun weitere Eingänge hinzufügen für mein Outboard und zwar liegt dieses auf Analog 1 bis 8 an. Ich möchte also jetzt 4 Stereo Eingänge hinzufügen und auf Eingang 4, dort liegt mein Dangerous Music Compressor an und zwar ist es am Interface Analog 7 und 8 als Eingang und diesen möchte ich farbig im Blau markieren. Ich benötige jetzt auch noch weitere Ausgänge für mein Outboard, um natürlich das Signal auch an das Outboard senden zu können. Das heißt, ich lege noch weitere 4 Stereo Kanäle an und diese werden aufsteigend automatisch zugeordnet. An meinem Interface auf Analog 7 und 8, also Ausgang Sub 4, liegt ebenfalls der Dangerous Music Compressor an. Also benenne ich diesen Ausgang so und markiere mir diesen ebenfalls in der Farbe Blau. Damit ich das nicht jedes Mal wieder neu einstellen muss, habe ich die Möglichkeit, diese Settings als Standard zu speichern. Das heißt, jedes Mal, wenn ich wieder eine Songpage öffne, wird dann, wenn diese I.O. Settings dann übernommen. Es sei denn natürlich, man hat hier bereits schon etwas anderes eingestellt und gespeichert. Wir können aber auch die I.O.s als Preset exportieren. Ich nenne es mal Audio Steps Demo I.O. und dann als Preset abspeichern und jederzeit wieder aufrufen. Wir haben natürlich dann hier die Möglichkeit zu importieren. Hier sehen wir unser Preset Audio Steps Demo I.O. Wir können aber auch mal für das Interface Studio 1 Mixing auswählen. Das Ganze schaut dann so aus. Damit die Einstellungen auch auf die Song Session übernommen werden, müssen wir noch auf Anwenden klicken, anschließend auf OK.